Bauvorhaben begleiten, Philosophien realisieren, Konsumenten bewegen. Die Real Innenausbau AG plant, steuert und leitet komplexe Bauvorhaben aus einer Hand. International erfolgreich. In 30 Jahren zu einer dynamischen Dienstleistungsorganisation expandiert, ist die Real Group heute zuverlässiger Partner für Unternehmen aus Industrie, Dienstleistung und Retail. Und für Sie. Von Shopfitting über General Contracting bis hin zum kompletten Großbauprojekt. Real realisiert. National wie international. Bei Real ist Ihr Projekt in sicheren Händen. Unsere Teams bestehen aus hochqualifizierten Architekten, Ingenieuren, Technikern und Konstrukteuren. Mit Energie und Professionalität agieren wir erfahren, schnell, sicher und wirtschaftlich. Real übernimmt die gesamte Verantwortung für Ihr Projekt. Von der Planungsphase über die Ausführung bis zur Fertigstellung unterstützen wir Sie bei Ihrem gesamten Bauprozess. Grundlagen werden im Vorfeld ermittelt, Standorte auf Machbarkeit analysiert. Wir ermitteln für Sie fachmännisch Aufwand, Kosten und zeitlichen Rahmen für eine effiziente Projektumsetzung und verschaffen Ihnen so eine professionelle Entscheidungsgrundlage für Ihre Baurealisierung. Schnell und zuverlässig. Wir designen und planen individuell, innovativ und stilsicher. Im Rahmen der Ausführungsplanung findet ein intensiver Austausch zwischen unseren Bauzeichnern und Ingenieuren statt. Erfolgreiche Partnerschaft heißt offene Kommunikation und Transparenz in allen laufenden Prozessen. Mit einem selbstentwickelten Projektmanagement-Tool haben wir die Möglichkeit, unsere Projekte optimal zu steuern und unseren Kunden Einblick in die laufende Bauabwicklung zu gewähren. Komplexe Bauvorhaben erfordern schnellste und reibungslose Prozesse. Wir bauen für Ihren Erfolg. Technische Perfektion ist unser Anspruch. In der Produktion entsteht die begehbare Version Ihrer Vision. Wir garantieren höchste Präzision und Qualität in Holz- und Metallverarbeitung bei maximaler Kosteneffizienz. Als Generalübernehmer koordinieren wir unser globales Netzwerk aus professionellen Kooperationspartnern. Alle Installationen der technischen Gebäudeausrüstung werden von uns passgenau bis ins kleinste Detail umgesetzt. Wir arbeiten termin- und budgetgerecht. Durch ständige Optimierung aller Prozesse wirtschaften wir ökonomisch und ökologisch. Zu Wasser, zu Land oder zu Luft. Perfekte Logistik heißt, mit den richtigen Dingen zur richtigen Zeit an den richtigen Orten zu sein. Egal wie. Wir setzen Ihre Produkte und Leistungen ins Rampenlicht. Mit wertigen Gesamtlösungen. Durchdacht, geplant und professionell gesteuert. Erst wenn alle Faktoren perfekt aufeinander abgestimmt sind, geben wir uns zufrieden. Die Real Group ist zuverlässiger Partner für unsere Mitarbeiter und für Unternehmen aller Branchen. Wir überzeugen mit vollwertigen Gesamtlösungen. Branchenübergreifend und seriös. Wir sind für Sie da. In allen Phasen Ihres Projektes. Konsequent und verlässlich. Wir wachsen und expandieren weiter. Real. Building Realities. Keine hue. Konsequent und verlässigt. Konsequent und verlässlich. Vielen Dank.